Der Frühling lässt noch auf sich warten. Für ein gemeinsames Picknick zu zweit ist es einfach zu kalt hier im Zierdellenpark in Vechta. Für die gemeinsame Zeit bis zum Frühlingsanfang und bis nach Ostern habe ich für euch einen ganz besonderen Tipp und den gibt es jetzt. Das OV Frühlingsabo mit der OV bis Ostern gratis, egal ob digital oder gedruckt. Wir schenken euch bis Ostern die Zeitung kostenlos ins Haus, digital oder auf Papier. Ihr bekommt obendrauf noch eine besondere Prämie, passend zur Jahreszeit zum Frühling 2016 und los geht's mit dem Abo dann ab dem ersten April für euch. Alle Informationen in unseren Geschäftsstellen in Dammel, Lohne, Dinklage und Vechta unter www.ov-online.de und natürlich in unserem Kundenservice unter Telefon Vechta 95 60 400. Jetzt schnell sein und bestellen bis zum 28. März. Das Frühjahrsabo der Oldenburgischen Volkszeitung unter www.ov-online.de